Aristo Vollmer ist ein über 100 Jahre altes Unternehmen, wenn es um Thema Uhrenherstellung geht. Mittlerweile sind die Uhren so begehrt, dass sie in über 50 Ländern weltweit verkauft werden. Und was die Uhren so besonders macht, das schaue ich mir jetzt an. Grüß Gott, Herr Vollmer. Grüß Sie, Dettner. Ja, guten Tag, grüß Gott. Wow, ich sehe hier ja jetzt schon viele tolle Uhren.